Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das ist mein erstes Video seit wieder drei Wochen, glaube ich. Es sind schon drei Wochen jetzt rum. Und ich mache dieses Video, um genau diese Frage zu beantworten. Warum habe ich in den letzten drei Wochen kein Video mehr hochgeladen? Sowohl keine Zusammenfassung mehr gemacht von der Tour de France, als sowohl von den Olympischen Spielen, vom Einzelzeitfahren und auch noch das Straßenrennen. Und ja, ich habe dieses Video gemacht, um euch diese Frage zu beantworten. Und die Sache ist die, dass während die Tour de France lief, ich immer noch in der Schule war und ich noch ein paar Klausuren zu schreiben hatte und ich dennoch auch noch ziemlich im Stress war. Und außerdem kam noch dazu, dass das WLAN ziemlich schlecht bei uns lief und es ging immer schlechter, schlechter und schlechter, bis zu einem Punkt, wo das WLAN auch nicht mal ging. Und deswegen gab es am Ende auch keine Videos mehr zur Tour de France. Und warum es keine Videos bei den Olympischen Spielen gab, also keine Zusammenfassung zum Straßenrennen der Männer und auch zum Einzelzeitfahren gab, ist, weil ich bin jetzt immer noch in den Ferien und war auch jetzt in den Ferien. Und ich war am Strand ein paar Tage und in der Wohnung gibt es auch kein WLAN da. Und dadurch konnte ich die Videos schon wieder nicht hochladen. Aber ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe wieder WLAN und es funktioniert alles wieder. Und deswegen wird es heute schon nachmittags, also abends, wird es die Zusammenfassung geben zur Klassiker San Sebastian. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, sehen wir uns dann heute Abend schon mit der Zusammenfassung der Klassiker San Sebastian. Mach's gut!